Na ihr kleinen Affen, willkommen zu diesem kleinen Infovideo. So was machen wir zwar eigentlich eher ungern und selten, aber jetzt ist es eigentlich mal angebracht. Ab und zu lässt es sich halt nicht vermeiden. Ja, nicht noch extra eine High-and-Seag-Runde oder so zu machen. Ja, ich bin ja nebenbei irgendwie auf so einem Plot-Server. Stefan hat den mir gesagt, da werden wir demnächst auch noch ein paar Videos machen. Ja, es geht aber erstmal hauptsächlich um irgendwelche Videos bei uns. Und zwar Einzel-, also Singleplayer-Videos von mir waren ja jetzt Ghostbusters. Die werden wohl wegfallen. Denn ich musste meinen PC ja nochmal neu aufsetzen wegen dem scheiß Ton und bla. Aber, naja, und jedenfalls ging das überhaupt nicht, den Spielstand zu speichern. Egal wie, ob ich jetzt die Ordner kopiere oder nicht. Es ging einfach nicht. Und dann müsste ich das jetzt alles nachspielen. Ich meine, wenn ihr jetzt das unbedingt so gefeiert habt. Aber ich denke, da gibt es bessere Spiele, die ich dann auch machen kann. Auch aktuellere. Aber, äh, die Singleplayer-Videos fallen jetzt erstmal eine Weile ganz weg. Also, ich hoffe nicht allzu lang. Weil ich ja auch irgendwie Bock drauf habe. Aber, wir haben auch andere Videos geplant. Oh ja, schöne neue Formate. Ja, neue Formate. Weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt das morgen schon. Oh, da muss man jetzt noch aufnehmen, ne? Ja. Und, ähm, ja, aber hauptsächlich geht es darum, wir wollen uns ja auch bei Desperado bewerben. Da wollen wir ein Video zusammenzimmern. Da ist das Setting schon fertig gebaut. Größtenteils. Ja, größtenteils. Das hat der Spider gemacht. Und, die Skins, die habt ihr ja auch schon gesehen eigentlich. Die habe ich gemacht. Und, ja, das wollen wir machen. Dann habe ich mir gedacht, wenn wir denn schon mal in dem Kurzfilmzeug drin sind, dann können wir auch schon mal das ewig angekündigte Video von den Minecraft Shorts nochmal machen. Ja, gut. Also, ich freue mich drauf. Hinten dran, ja. Kulisse ist ja auch schon angefangen. Ja, richtig. Dann haben wir das weg. Also, ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu lang alles dauern. Aber jedenfalls fallen dann die Videos Montag, Mittwoch und Freitag erstmal weg, ne? Minecraft bleibt trotzdem. Und, ja, wenn wir das hinter uns haben, dann werde ich wieder irgendwie ein bisschen Singleplayer aufnehmen. Wir wollten dann jetzt erstmal auf Qualität wieder umsteigen. Anstatt halt viele Videos zu bringen, wollten wir halt wieder ein paar spezielle und ein paar besondere Videos bringen. Wem das nicht gefällt, der hat halt Pech gehabt. Aber ich denke, eigentlich ist es so, dass ihr die Videos, wo wir doch ein bisschen mehr Zeit und Arbeit rein investiert haben, immer auch deutlich mehr mit Aufrufen und Lives gefeiert habt. Und daher versuchen wir das auch wieder so umzusetzen. Ja, zumindest das, worauf wir Bock haben, dass wir das dann auch fertig kriegen. Ja, das waren auch schon die ganzen Infos, glaube ich, ne? Ja. Oder haben wir noch was vergessen? Nein, nein. Ja, alle, die beteiligt waren, dürften auch mitbekommen haben, dass Banana auch beendet ist eigentlich für uns. Ja. Und, aber wir haben da ja, ich hatte zwar da eine Story im Kopf von wegen, dass da ein Riesenaffe und so kommt, aber, ne, das hat dann auch nicht in den Zeitplan gepasst und da muss man immer so viel beachten noch und es ist immer schwierig. Auch jetzt bei den anderen Kurzfilmen müssen wir auch noch eine dritte Person wenigstens dabei haben. Was nicht das Problem ist. Ja. Aber trotzdem, man muss halt da immer noch sehen, wie viel Arbeit da eigentlich drin steht. Genau. Naja, und das soll es doch schon gewesen sein. Wie gesagt, morgen kommt dann halt entweder dieses neue Format oder irgendwas noch. Wir müssen sowieso irgendwas aufnehmen, Stefan. Ja. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.